In diesem Kapitel wird eine Einführung in die Thematik der Faserverbundwerkstoffe gegeben. Faserverbundwerkstoffe sind Hybridwerkstoffe. Das heißt, sie bestehen aus zwei unterschiedlichen Materialien, Faser und Matrix. Die Matrix ist der Grundkörper eines Faserverbundwerkstoffes. In diese werden die Fasern eingebracht, um die Eigenschaften beider zu kombinieren. Außerdem gibt es eine Grenzschicht, die die Verbindungsstelle zwischen Faser und Matrix darstellt. Durch die Kombination der beiden Werkstoffe werden spezifische Eigenschaften hervorgerufen. Die Fasern können auf Zug beansprucht werden und weisen hier sehr hohe Festigkeiten auf. Für bestimmte Aufgaben werden unterschiedliche Fasern verwendet. Die Matrix fixiert die Fasern und gibt dem Werkstoff seine Form. Ohne die Matrix könnten die Fasern nicht auf Druck beansprucht werden. In diesem Belastungsfall stützt die Matrix die Fasern. Die Grenzschicht ist kein expliziter Bestandteil des Faserverbundwerkstoffes, sondern entsteht beim Fügen von Faser und Matrix. Ihre Beschaffenheit entscheidet darüber, wie gut die Kräfte von der Matrix in die Faser übertragen werden. Entscheidend für das Entstehen eines geeigneten Faserverbundwerkstoffes ist die Wahl der richtigen Bestandteile. Dazu werden die am häufigsten verwendeten Werkstoffe für Faser und Matrix im Folgenden vorgestellt. Neben der hohen Festigkeit sollten Fasern unter dem Gesichtspunkt des Leichtbaus eine geringe Dichte aufweisen. Der Faserverbundwerkstoff wird typischerweise nach Art der Faser benannt. Beispielsweise gibt es Kohlestofffasern aus organischen Stoffen, Glasfasern aus erhitztem Glas, Aramidfasern aus polymeren Kunststoffen. Weiterhin werden seltene Naturfasern wie Flax, Hanf, Kenaf oder Sisal verwendet. Die Matrix besteht aus einem Kunststoff. Hauptsächlich werden Duroplaste, wie zum Beispiel Phenolharze, eingesetzt, die sich gut als Einbettungsmasse für die Fasern eignen. Sie können nach der Formgebung nicht wieder eingeschmolzen werden. Sonderformen von Faserverbundwerkstoffen bestehen aus einer Matrix aus Thermoplasten, wie zum Beispiel Polycarbonat. Diese können beliebig häufig erhitzt und in Form gebracht werden. Zusammenfassung Faserverbundwerkstoffe sind Hybridwerkstoffe. Sie bestehen aus Faser und Matrix. Fasermaterialien sind beispielsweise Glas und Kohlenstoff. Materialien für die Matrix sind beispielsweise Duroplaste oder Thermoplaste. Lägen von Faserverbundwerkstoffe ist, wie zum Beispiel Polycarbonat. Will das ja sein, wie zum Beispiel Polycarbonat. Sonderformen von Faserverbundwerkstoffe. Faserverbundwerkstoffe ist, wie zum Beispiel Polycarbonat. Vielen Dank.